Ich habe für dich alle gängigen Tools verglichen, die behaupten, dass sie mit KI Bildrauschen entfernen oder reduzieren können. Das wären Topaz die Noise AI, Topaz Photo AI, dann die DxO D-Prime Technologie, die gibt es im Photolab und in Pure Raw. Dann DxO D-Prime XD, das gibt es momentan nur im Photolab 6 Elite. Dann haben wir noch On1 No Noise und von Skylum im Luminar Neo Extension Pack 2022 gibt es Rauschfrei. Aber dann sehen wir uns erstmal die Tools angucken und dann vergleichen die Ergebnisse. Fangen wir direkt mit Topaz die Noise AI an. Es sieht so aus, Version 3.7.0 habe ich hier. Vorteil von Topaz, du kannst eine große Anzahl an Dateiformate reinladen, vom RAW bis zum TIFF, JPEG und so weiter und so fort. Dann hast du verschiedene AI Models, aus denen du wählen kannst. Du kannst aber auch einfach sagen, hier mach alles selber für mich, hier auch mach alles selber für mich. Oder du stellst eben selber noch ein, wie du es haben möchtest. Du kannst sogar hinterher sagen, Recover Detail und so weiter und so fort. Und du kannst sogar maskieren, also du kannst sagen, hier das hier nicht entrauschen, wobei daher das eh nicht entrauschen ist, eine glatte Fläche. So sieht also Topaz die Noise AI aus. Eng verwandt ist Photo AI, auch von Topaz, habe ich hier in der Version 1.1.9. Du kannst damit nicht nur entrauschen, sondern auch schärfen, dann gibt es Recover Faces, dazu kommen wir noch. Du kannst auch die Auflösung erhöhen. Außerdem hat es einen Autopilot, gut hatte die Noise AI eigentlich auch, der dir eigentlich vorschlägt, was du machen sollst. Hier sagt er, okay, entrauschen, manchmal schlägt er auch vor noch schärfen oder er schlägt vor Recover Faces und so weiter und so fort. Du kannst natürlich auch sagen, nee, möchte ich nicht diesen Autopilot. Und dann hast du hier ein kleines bisschen Einstellmöglichkeiten. Du kannst nicht so viel einstellen wie bei den Noise, dafür nimmt dir Photo AI einiges ab und du kannst eben auch mehr machen. Maskieren kann man übrigens auch, also hier kann man hier so maskieren. Auch hier kannst du verschiedene Dateiformate, TIFF, JPEG und RAW entrauschen. Das mit den Dateiformaten zeige ich deshalb immer, denn mit der D-Prime-Technologie von DXO, hier in Pure RAW, wäre es so ein 2.4.0, kannst du nur RAWs entrauschen. Und zwar, die müssen direkt von der Kamera kommen, also du kannst nicht irgendwas als DMG abspeichern und sagen, okay, das wird schon RAW sein, das macht er. Macht er nicht. Es muss direkt von der Kamera kommen. Hier habe ich jetzt ein Bild von der Sony RX10 IV. Lädt man rein, Black Box, keine Vorschau, nichts. Macht er einfach Bilder entwickeln, dann kannst du wählen, wie er das machen soll. Wir machen die Prime, ob er optische Korrekturen machen soll, also ob er auch die Objektivverzeichnung und so Zeug mitmachen soll und ob er ein bisschen schärfen soll. Und dann rennt er durch und dann kannst du im Bildbearbeitungstool deiner Wahl bearbeiten. In meinem Fall würde es dann direkt zu Lightroom oder nach Lightroom importiert werden. Hier, exportieren in, zack, Lightroom. Aber habe ich schon drin. Arbeitest du mit DxO Photo Lab, kannst du den Umweg über Lightroom und ein anderes Tool sparen. Ich habe hier die Version 6.2.0, Bild 41, allerdings als Demo-Version. Da funktioniert trotzdem alles voll und ganz, wie es eben sein soll. Auch hier, es gehen nur RAW-Dateien mit Prime, weiß ich gar nicht, mit D-Prime oder mit D-Prime XD sind die beiden besten. Du kannst aber hier wählen, wie du ihn drauschen möchtest. Also hohe Qualität, hast du dann immer hier ein bisschen was zum Einstellen. Prime, D-Prime oder das Allerneueste, was es nur im Photo Lab 6 Elite gibt, ist eben D-Prime XD. Im Vergleich, oder zu, ähm, was heißt im Vergleich? Naja. Im Verhältnis zu DxO Pure RAW hast du natürlich einen kompletten RAW-Entwickler hier und du siehst, du hast sogar eine kleine Vorschau. Dauert zwar immer ein bisschen, bis es das hat, aber du kannst hier eben so eine kleine Ecke auswählen, hast eine Vorschau und kannst das Bild komplett in DxO Photo Lab entwickeln. Auch ein komplettes RAW-Entwicklungstool hast du, wenn du mit On-One Photo RAW arbeitest. Ich habe hier die Version 2023, 17.0.2.1.3102. Puh! Und wenn man hier, so, hier komme ich hier raus, wenn man hier auf Bearbeiten geht, kann man hier runterscrollen und findet hier dann Rauschen und Schärfen. Und da gibt es den Punkt No Noise. Entweder Original oder hohes Detail, es gibt zwei AI-Modelle und ein bisschen was einstellen kannst du. Vorschau hast du, funktioniert alles wunderbar und es funktioniert wie bei Topaz, auch mit RAW-Dateien, aber auch mit JPEGs, mit TIFFs und so weiter und so fort. No Noise gibt es allerdings auch als Standalone, das ist ein bisschen billiger, aber dir fehlt eben der ganze RAW-Entwickler, weil hier hast du jede Menge Effekte, die man noch, also ich finde es eigentlich ganz gut. Ganz gut finde ich auch Luminar Neo, habe ich hier in der Version 1.6.3. Wenn man da den Extension Pack hat, hier muss ich zumachen, dann bekommt man ein paar Extensions eben dabei, ist rauschfrei. Auch da kann man ein bisschen was einstellen, er schlägt dir vor, was er machen soll. Mittel ist allerdings ein bisschen langsam die Sache und die Ergebnisse, naja, wir gucken es uns gleich an. Auch hier RAW und andere Dateien kannst du damit entrauschen. Rauschfrei gibt es übrigens nur in Kombination mit Luminar Neo und dem Extension Pack, nicht als Standalone. Aber lass uns angucken, wie die einzelnen Tools performen, dann müssen wir gleich sehen, ob sie die Investition lohnt oder nicht. Dazu habe ich mit jedem Tool viel rumprobiert und habe jetzt exemplarisch vier Bilder, die ziemlich stark rauschen oder mehr oder weniger stark rauschen, um halt zu zeigen, wie gut die Tools performen. Fangen wir erstmal direkt hier rechts an. Übrigens auf meinem Blog habe ich das alles nochmal größer und detaillierter dargestellt, findest du hier oben. Sortiert habe ich das schon von gut zu schlecht. Also Original ist natürlich das Schlechtste, außerdem heißt es ja Original. So. Dann kommt Skylum Rauschfrei AI. In dem Fall oder generell, wenn du mit Rauschfrei arbeitest, ist es am besten das RAW zu entrauschen. Hast du ein JPEG oder ein TIFF oder was weiß ich was, funktioniert das Entrauschen nicht so gut, wie wenn du das RAW nimmst. Aber auch hier das Ergebnis ist nicht besonders gut, finde ich. DXOD Prime XD übertreibt es meiner Meinung nach ein bisschen. Das ist einfach alles too much. Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja im Fotolab 6 drin. Da kann man dann einfach D Prime nehmen oder noch was anderes. Das macht es schon deutlich besser. Ich meine im Vergleich zum Original. D Prime ist doch nicht schlecht, oder? Aber es geht noch besser. Und zwar On One No Noise macht es meiner Meinung nach noch ein bisschen besser. Macht einfach die Farben ein bisschen schöner. Noch besser macht es Topaz Photo AI. Wobei, da kann man sich eigentlich drüber streiten, was einem da besser gefällt. Das ist jetzt wirklich minimal gleiches, wenn die Noise AI kommt im Vergleich zu No Noise. Ah doch, die Noise ist hier doch schon, guck mal, wenn man hier herangeht, ist es doch schon deutlich klarer. Hier zu hier und vor allem im Vergleich zum Original zu hier Original. Das ist doch brutal, was da geht. Aber es geht noch besser. Denn, ich habe ja schon gesagt, Photo AI hat Recover Faces. Da nimmt er irgendwelche Augen und irgendwelche Augenbrauen und so, wo er die her hat. Ist mir eigentlich auch egal. Aber trotzdem, du hast hier richtig, machen wir mal wieder, du hast hier halt richtig Details drin. Selbst mit den Noise AI sind die Augenbrauen nicht so schön, sind die Augen nicht so schön. Also in dem Fall funktioniert Recover Faces richtig, richtig gut. Das funktioniert leider oft auch nicht richtig gut. Aber kann man ja rumprobieren. Also, beim Kind hier, Gewinner, Toppass, Photo AI Recover Faces. Meiner Meinung nach, mit Recover Faces. Gucken wir uns die Galaxie an. Und zwar, genau, machen wir mal, machen wir hier da oben die Ecke. Original, da ist es mir ziemlich schwer zu entscheiden, was ist jetzt Rauschen, was sind Sterne. On One No Noise, hat es am schlechtersten gemacht. Hier habe ich auch das Raw in Neust entrauscht. Wenn man da ein Tiff genommen hat, dann wurde es total verschmiert. Noch schlimmer als jetzt. Aber du siehst, Farbrauschen ist nicht richtig weggegangen. Rausch bei AI hat es tatsächlich besser gemacht, aber man hat immer noch ziemlich viel Farbrauschen. Aber im Vergleich zum Original hat sich doch schon einiges getan. Aber es geht halt noch besser. Photo AI macht es so, wobei da finde ich den Unterschied jetzt gar nicht so groß. Na, da kann man sich streiten, was besser ist. Also Photo AI habe ich da eingeordnet. Dann kommt Topaz Denoise AI. Das hat es doch noch ein bisschen besser gemacht. Aber jetzt kommt DxO D Prime. Das ist schon Wahnsinn. Also im Vergleich zum Original. Guck dir mal das an. Original, D Prime und D Prime XD. Wahnsinn. Da gibt es praktisch kein Bildrauschen mehr. Wenn man sich die Sache mal so anguckt. Zu so, zu so. Gut, das ist noch ein bisschen nachbearbeiten dann. Aber verrückt. Also bei der Galaxie Gewinner Deep Prime XD. Gehen wir zum Reiher und du siehst schon ganz oben steht auch Deep Prime XD denn das zieht sich durch. Bis auf die Sache mit dem Kind macht Deep Prime XD die Arbeit richtig gut. Und Skylum da unten wieder. Machen wir ein 1 zu 1 Vergleich. Hier ist es halt interessant. Kriegt er den Schnabel glatt, kriegt er das Farbrauschen hier aus dem Gefieder raus und lässt die Details im Gefieder drin. Rauschfrei. Farbrauschen ist ja noch überall zu sehen. Ja, man kann damit leben, muss aber nicht, weil es gibt No Noise von On One. Das macht es schon richtig, richtig gut. Aber Farbrauschen ist ja auch überall noch zu sehen. Besser macht es Topaz. Da ist das Farbrauschen fast weg. Also hier ist es schon saugut. Photo AI Ob es jetzt die Noise AI oder Photo AI da lässt sich drüber streiten. Man merkt, die sind verwandt. Also sie sind gleich gut. Deep Prime ja auch gut. Vor allem kein Farbrauschen mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob mir die Schärfe nicht ein bisschen zu viel ist bei Deep Prime. Deep Prime XD hat auch ein bisschen viel Schärfe hier im Gefieder, aber es ist einfach nochmal einen Zacken besser als Deep Prime. Ich habe es so eingeordnet. Das ist natürlich alles Geschmackssache. Wenn wir sagen, Topaz Photo AI ist hier natürlich nicht so scharf als Deep Prime XD. Aber alle Details sind erhalten. Hier die einzelnen Haare. Hier sieht man ja noch so ein bisschen was. Und Farbrauschen ist weg. Also auch hier der Gewinner für mich Deep Prime XD von DxO. Da haben wir noch den hoffnungslosen Fall. Das habe ich schon ziemlich aufgehellt, dieses Bild hier hinten, dass man die Bäume sieht. Äh, ja. Das ist schon eine harte Nummer. Einmal wieder einpassen. Skylum hat keine Objektivkorrektur. Dadurch ist das Bild ein bisschen größer. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber die anderen machen es einfach besser, als wenn man hier reinguckt. Die Flächen, die hätten ja komplett zu Flächen werden können. Das ist alles ziemlicher Matsch. Hier ist Matsch. Hier der Weg ist Matsch. Hier ist Matsch. Also Skylum ist einfach Matsch. On one, no noise. Auf der anderen Seite hat es teilweise sehr, sehr gut gemacht. Diese Flächen hier, das zählt mit zum Besten überhaupt. Genauso wie auch hier. Hier kann man fast lesen, was hier steht. Wie ein Entenschnabel war ein irgendwas, Gebiet. Also es ist verrückt, wenn man sich jetzt im Vergleich zu Skylum die Sache anguckt. Ist schon irre, wie gut es ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man hier den Anhänger anguckt, da hat er irgendwie das Farbrauschen so verschmiert und das ist eigentlich so ganz konsistent, was on one hier macht. Auch hier der Weg ist doch ganz schön verschmiert. Also ich bin zwiegespalten bei on one, aber ich bin doch erstaunt, was hier alles geht. Topaz. Die Noise AI ordne ich ein bisschen davor ein, obwohl ich finde, dass es mit dem Text nicht so gut geworden ist. Dafür sind hier die Details gut drin. Der Weg ist glatt. Hier ist alles glatt. Wobei hier hat er ganz schön Matsch gemacht. Den Kopfsteinflaster, das macht on one deutlich besser und es so anguckt. Aber dafür ist hier wieder besser, wenn man Topaz die Noise AI sich anguckt. Auch hier übrigens keine Objektivkorrektur. Topaz Photo AI hat Objektivkorrekturen und macht es meiner Meinung nach noch ein bisschen besser als die Noise AI. Also hier im Vergleich, du siehst einfach, es ist gesättigter irgendwie und mir gefällt es einfach besser. Auch hier ist letztlich auch hier die Verwandtschaft nicht leugnen, aber das Kopfsteinflaster deutlich besser bei Photo AI als bei die Noise AI und hier auch alles gut. Noch besser macht es aber die Prime. Hier siehst du schon. Hier auch hier kann man den Text fast lesen. Hier die Details. der Weg ist gut klappt. Jetzt bin ich schon ziemlich nah dran. Also nicht groß verrauscht. Hier Details, Kopfsteinflaster gut. Aber es geht eben noch besser mit die Prime XD. Zumindest ein kleines bisschen besser. Also hier alles gleich. Hier eigentlich auch gleich die Prime. Aber wenn du hier hinten guckst, hier hat man einfach mehr Details. Dieser Busch ist natürlich generell ein Rauschematsch. Aber die Prime XD holt er einfach noch mehr raus als die Prime. Auch hier die einzelnen Blätter sind bei die Prime XD ein bisschen besser. Da ist alles noch glatter, der Text. Guck mal, bei die Prime haben wir noch so ein bisschen gekrisselt. Bei die Prime XD haben wir es nicht mehr. Auch hier drüben alles gut. Ah, guck mal, da finde ich die Prime sogar wieder besser. Ah ja. Trotzdem, hier habe ich auch die Prime XD vorne eingeordnet. Also du siehst, natürlich ist Geschmackssache, aber es zeichnet sich halt auch doch ein bisschen den Trend ab. Skylum eigentlich immer ganz unten und die Prime oder DxO meistens ganz oben. Ich habe einfach Punkte vergeben bei diesen vier Bildern und habe gesagt, sechs Punkte ist für das beste Bild, ein Punkt für den schlechten und dazwischen eben dann, was man halt so hat. Gucken wir uns einfach mal an. Du siehst, Skylum, eins, eins, letzter bei Reier und Kind, Milchstraße zwei, hoffnungslos eins, insgesamt nur fünf Punkte. On one, no noise, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es war immer nah dran, aber Topaz war immer doch ein bisschen besser, sodass es meistens nur den zweiten Platz, manchmal sogar nur den ersten Platz belegt hat. Außer hier beim Kind, da ist es sogar besser als die beiden D-Prime auf Platz vier. Unterm Strich hat es aber nur den vorletzten Platz belegt. Deutlich besser macht Topaz die Noise AI, kommt auf insgesamt 15 Punkte, ist immer im Mittelfeld oder auch ziemlich weit oben. Noch ein bisschen besser hat mich selber überrascht, finde ich Photo AI. Man merkt, die sind verwandt, aber irgendwie hat Topaz da doch neue Algorithmen drin. Ich habe eh das Gefühl, dass Topaz ein bisschen mehr Energie in Photo AI steckt in der Zwischenzeit als in die Noise AI. Also kann es sein, dass sich da einfach noch noch mehr tut oder dass sich da jetzt schon mehr getan hat. Es liegt auf jeden Fall ein bisschen vorne, hauptsächlich wegen dem Kind mit dem Recover Faces. Und dann die beiden DXO, die Prime kommt auf 18 Punkte, fast immer Platz 2, außer beim Kind. Die Prime XD fast immer Platz 1, außer beim Kind, kommt insgesamt auf 20 Punkte. Aber wie gesagt, dieser Platz 2, den könnten wir auch zum Platz 3 machen oder vielleicht sogar mit einem anderen Tool, mit Prime oder mit, wie heißt es, andere, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten in Fotolab Elite, sodass du auswählen kannst. Ich habe noch die Preise, die aktuellen aufgeschrieben, ob es jetzt Standalone ist oder so, immer das Günstigste genommen. Dann habe ich einfach diesen Preis durch diesen Wert geteilt, um rauszukriegen, wo du das Beste in Drauschen für dein Geld kriegst. Ganz schlecht ist es bei Luminar Neo, weil du da den Extension Pack brauchst. Du kannst zwar ein Abo haben, kostet 10 Euro im Monat, da hast du das alles drin. Muss ich also fragen, brauche ich Luminar Neo, habe ich Luminar Neo, habe ich den Extension Pack. Leichtes Bild rauschen kannst du damit entfernen, aber nur um Rauschen zu entfernen, würde ich. Das nicht empfehlen, den Extension Pack nicht und Luminar Neo. musst du überlegen. Nummer 2 oder Nummer vorletzter, 65 Euro, kostet die Standalone Version von On1 No Noise. Ich finde On1 Photo Raw eigentlich ganz gut. Wenn du das hast, guck, wie weit du damit kommst. Ich finde On1 No Noise eigentlich auch nicht schlecht, aber es kommt halt nicht an die anderen Tools ran. Dann hier der Gewinner, kostet allerdings 219 Euro, das DxO Photo Lab Elite. Wenn du eh mit DxO arbeitest, mit dem Fotolab arbeitest, dann ist es ein No Brainer, dann nimmst du das natürlich und wenn du das Sex Elite nicht hast, dann ist jetzt eben die Zeit zum Upgraden. Da hast du auf jeden Fall das meiste für dein Geld. Richtig, richtig viel für dein Geld kriegst du auch mit DxO Pure Raw. Siehst du, das ist eine Black Box, schmeißt man einfach alles rein und hinterher kommen entrauschte Bilder raus. Tatsächlich mache ich es so meistens. Wenn ich von einem Fotoautor komme, schmeiße ich das alles rein, war da eine ganze Weile. Es dauert ziemlich lang, bis er alle Fotos entrauscht hat. Importiere nur die entrauschten Bilder in Lightroom, bearbeite die und wenn ich sehe, dass irgendwas nicht geht, habe ich die Raws noch. Wenn alles geht, lösche ich die Raws. Kann ja nicht alles aufheben. Also ich selber benutze DxO Pure Raw 2. Ich benutze aber auch Topaz Photo AI und zwar benutze ich das, wenn ich irgendeinen Screenshot mache oder wenn ich mit der Insta360 X3 ein Foto mache oder sonst was. Einfach immer dann, wenn ich kein Raw habe, dann benutze ich Topaz. Und zwar habe ich beides. Ich habe Topaz Photo AI und ich habe Topaz die Neuze AI und ich finde tatsächlich mit den Neuze AI nimm das als einzelne Standalone. Den kaufst du jetzt 80 Euro, 5,33 Euro je Entrauschungspunkt. Da kriegst du auf jeden Fall am meisten für dein Geld. Damit kannst du Raw ziemlich gut entrauschen, damit kannst du alle anderen Sachen entrauschen. Also ich benutze das schon eine ganze Weile, Topaz die Neuze AI und bin immer wieder begeistert, was damit geht. Aber wie gesagt, wenn du Raw hast, dann ist DxO doch besser. Von daher, meine Empfehlung, ganz klar, Nein zu Skylum. Wenn du mit OnOne arbeitest, dann nimm OnOne und guck, wie weit du damit kommst. Ansonsten Topaz, wenn du keine Raws hast. Wenn du nur Raws hast, dann kannst du mit DxO gehen. Ich bin gespannt, was du benutzt und was du meinst, wenn ich die beste Software zu mit draußen bin. Ich kommentiere unten drunter mal. Außerdem, wie gesagt, auf meinem Blog habe ich einen ausführlichen Beitrag, wo die Sachen detaillierter dargestellt sind. Hier meinen Kanal abonnieren, dann kriegst du mit, was sich noch alles so tut auf der Softwarefront, weil da tut sich echt einiges. Und hier gibt es ein Video, wo ich Topaz Photo AI mit Topaz den Neues AI, Scharpen AI und Gigapixel AI vergleiche. Hier mein letztes Video und dann sieht man sich schon beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.